Prozent 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 Egal, Mama! Oh, Mama! Hm? Nichts, ich rede mit mir. Mich? Du redest mit dir? Ja. Dann red doch mal mit mir. Ne, morgen nicht. Was, Redstone? Ja. Natürlich, fuck ich. Das Lager, ich komm mich näher mich dem Lager. Hast du noch irgendwas im Lager? Oder hast du alles mitgenommen? Äh, ich hab... Oh, ne, ich brauch doch kein nix mehr. Ich hab alles, was ich brauch. Äh... Ich hab eigentlich nichts, was ich brauchen könnte. Okay. ... ... Echt? Ja. Wie produziert ihr jetzt? Äh, wenn ich ein Aufsteller... Ach so, dann können wir, dann können wir zum Beispiel diesen elektrischen Ofen betreiben, glaub, gell? Ja. Mach ich jetzt auch gleich. Da geht... Der geht, glaub, schneller? Ich weiß, wir werden sich jetzt viele Leute an den Kopf schlagen, aber ich hab echt keine Ahnung. Dann merke ich's. Da ist ein Unterwassersee. Da ist eine Schlucht. Okay, ich bin am Lager. So halber. Ich kann sie mal alles, was im Lager ist, mitnehmen. Hm? Ich kann sie mal alles, was im Lager ist, mitnehmen. Ja. Wenn ich hinkommen würde, ja, gerne. Verdammt. Okay, pass auf, zu Hause. Lagerstau oben. Nein! Ich bin nicht Koppelkäden. Ganz zu wenig. Äh, Dingens. Da. Rawrubber. Gut. Los, brennen. Jetzt. Was haben wir zu wenig? Ja, ich weiß nicht. Äh, ein unserer Rubberbäume ist gewachsen. Yay! Der Pinke, wir müssen unser Haus unbedingt auspinken. Aus dem pinken Holz. Definitiv, Alter. Äh, das Holz, wo du da, äh, den. Äh, Sablinks, wo du hast, die sind feilila, ne? Nicht pink. Echt? Ja. Ich bin beim Lager, so gut wie. Ja, okay, ich bin beim Lager. Hä, wie komme ich da hin? Ach, ja. Ich bin schon voll am Baum und alles. Das ist natürlich nicht da, Juli. Ah, Alter, meine Ahnung, tut weh. Das ist gerade voll. Hm. Brauchen wir Erde nicht unbedingt, oder? Äh, nö, ich glaube nicht. Soll ich die ganzen Öfen mal mitnehmen, oder? Ja, mach mal. Wo sind die Kabel, da sind sie? Nein! Mein Rest und zu wenig. Nein! Oh, mir ein Schad auf Minimum. Ah, ja, können wir dann tun. Hm? Wenn wir dann schon, wenn wir genug Schad haben. Immer noch nicht genug Schad. Oh, Beilte, ich brauche Redstone immer noch. Ja. Ich komme. Wo ist hier? Ich komme gerade an die Oberfläche. Wie ist das denn? Ich bin an der Oberfläche. Oh mein Gott. Die Sonne. Ich komme aus meiner Rohstofftour zurück. Das muss ich kurz überlegen. Was ist das hier eigentlich? Das bringt mir Iron Gravel. Ja, das kannst du auch irgendwie schmelzen, oder so. Daraus auch Eisen. Tin Gravel Ore. Ja. Ach du Scheiße. Oh, es ist schön. Oh, es ist schön. Empfang mich mit deinen Armen. Wenn ich mich sehen würde. Mein Schwert ist down. Mein Dings ist down. Meine Spitzhack ist down. Einsch... Vielleicht jeweils ein Schlag noch. Läuft bei dir. Bist du so behindert, woher schwirrt, oder ist das eine Kuh? Joli! Jo, bei dir, lol. Ah, gib mir Redstone. Sofort. Ich hab's irgendwo. Äh, warte. Äh, hier nicht. Hier. Ah. Oh, gib her. Ja, gut. Dann sitzt das denn da hin, das da. Das Ding da oben hin. Ja! Alter, was hast du hier alles gebaut? Was ist? Jawoll! Die, 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 die. Lol, wir haben einen Bropper. Ja, hab ich noch in der Kiste gefunden. Komm, Generator. Bau den nicht zu, ne, bau den nicht hierhin. Bau den irgendwo ganz weit hinten hin, im Grundstück. Warum denn? So halt. Nicht hier alles am Anfang. Dann muss ich aber ewig viele Kabel bauen. Ach so, ja, okay, 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 dann stellen da hin. Äh, da weg. Oh, ne rein tun. Oh, ne da jetzt. So, das brauche ich nicht. Hm. Okay, dann geht's jetzt mal eins zu braten, würde ich mal sagen. Höhöhöhöh. Was? Ah ja, Badbox. Stimmt, da war noch was. Mal pass' den. Bad- Badbox. Oh, goooood. Nicht Robber soll da rein, sondern... Hier. Was, äh, Robber-Zoll hier. Warte. Hier. Kann mir eigentlich alle, äh, RC-Kamme schmilzen, oder? Äh, ja, manche, ne, manche muss man in Racerator reinballern. Okay. Alter, ich hab noch so viel RC. So, 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 den kann ich jetzt auch noch befüllen. So, jetzt laufen alle. Redstone, Tin. Tin, tin, tin. Hab ich hier noch irgendwo Tin? Ja, Tin hab ich alles. Was meinst du? Tin. So. Oh, der unten ist auch schon fertig. Okay. Was haben wir gesagt, denn jetzt oben sind die Rohstoffe, gell? Oder? Ja. Okay. Nein! Hier rein. Holz hin. Hin. Äh, so, so, so. Das war da unten. I think, ja. So, I think so. I think so. Ah, Ofen kommt hier. Koka Beans. Warte, ich hätte hier noch was für dich. Warte, hier, warte, hier, 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 hier. Darin, anders. Bau wie du willst. Hey. Hey. Genau. So, das, die laufen alle. Nee, der läuft nicht mehr. So. Warte, da hinten hin. Ofen kommt da hin. Wo ist der Ofen? Warte, ja, der ist noch nicht betrieben. Entschuldigung. Badbox kommt da hin. Okay, und jetzt? Warte mal. Zieh die Kabel hin. Ja. Brauch ich ein bisschen Kohle. Ja. Badbox speichert die Energie. Vielleicht die Kohle da rein. Badbox wird befüllt. Soll ich mal ein paar von diesen Laberdingern holen? Äh, ja, warte mal. Mach, bau erstmal ein paar von denen. Alter, was wir ja alles hier für Ärzte haben. Ist ja ohne Witz. LOL. LOL, die gehen nicht, wie gehen die. Badbox die Energie nicht ab. Wum, wum, ist da oben jetzt kein Slime. Kein Slime. Als Entertracking angezeigt oder so. Als dieses Entertracking. Äh, was? Wo? Da war es schon. Bei mir wird als dieses... Riesn Slime, Riesn Slime. Riesn Slime, pass auf! Ui, ja, wov, 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 wov. Wov, 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 wov. Aua. Alter, Vater, macht ja Schaden. Aber wie? Ah, shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Alter. Na klar, uns geläht auch noch, in die Schnauze. es krabbelt unsere aber die müssen jetzt machen müssen die Stadt machen Alter, ich bin gleich tot Alter, Alter, ich bin gleich tot ohne Witz jetzt oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck ja, ich hab mich eingetroffen ah, shit, 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 shit halbes, fuck ich hab noch sieben Leben, sieben Leben vier Leben ein Leben boah, leck, Alter, der ist tot Leute, da ist ein Schild rausgekommen ich hab auch mit einem halben Herz überlebt oder liegen deine Sachen, die will ich jetzt mal nicht aufsammeln oh, der kommt wirklich scheißengelig zum in der Männer bis nicht anschauen so I'll come da, der hat, da kam ein Battle Sign raus oh lol ich glaub ich hab wieder ein Bug, weil ich seh deine Items nicht, wo ich aufgesammelt hab da äh, wie ein Battle Sign da kam hier das da oh, warte, hier sonst was passiert, wenn wir das Ding äh irgendwo hinsetzen und da kommt ein Schildern Slime da ist mir nur ein kleiner Ich habe mich gerade gewundert, was ich das für eine Anzeige da oben... lol Ach süß, ein kleines Leim So Ich muss jetzt erstmal schnell eine Ranchcraft Was ist da noch drin? Oh, Eisen und Redstone Wie, wie heißen die? Electronic, äh, leh Electronic Circle heißen die, glaub Ne, was? Electronic Circle? Ne, oder wie heißen die Dinger? Ach, weißt du, die Zellen da Ist es eine Electrolyse-Water-Cell? Nein, eine Lava-Zelle Also, Lava-Zelle Hm, finde ich nicht Lava, derzeichen T-E-L-L Lava-Zelle, ah Mach einfach nur Zell Lava-Zelle ist hier schon gefüllt